Willkommen nochmal auf der Pest Protect. Fünf Jahre Revival mit Jürgen Sommer. Hallo, schönen guten Tag. Ich finde es sehr großartig, euer Stand. Die neuen Sachen hier, was mit dem Kanal ist und die Schlagfallensysteme, fällt mir Bombe. Wirklich viel Potenzial da drin. Ich wünsche euch viel Glück dabei und ich würde mich freuen, ich wäre mit dabei. Das ist doch schön. Ich erinnere mich noch gut, wie wir vor fünf Jahren gesprochen haben, also die Zeit vergeht schnell. Sag mal, was war denn jetzt von dem, was wir gerade besprochen haben? Kommen ein paar neue Sachen raus zu deinem Highlight? Das Highlight war natürlich schon, dass ich jetzt eine Falle habe, also wie du mir gezeigt hast, die so mechanisch nach unten geht. Finde ich top einfach und ich finde es halt auch toll, dass ich einfach das System aufstellen kann, kann es direkt verbinden, ich muss nicht irgendwie noch was eininstallieren oder sowas und ich habe eben dann tatsächlich auch keine Fehlalarme, weil das ist ja momentan noch das große Problem, dass ich sehr oft eine Auslösung habe, aber ich weiß nicht, habe ich wirklich gefangen oder nicht und das ist mit dem System ja wirklich ausgeschlossen. Ja, und das finde ich toll. Was hältst du von der Kamera? Zukunftsmusik oder wäre geil? Nee, also Kamera ist ja der Brülle, also so in der Größe, in der Auflösung und dann noch eine Künstliche Intelligenz dahinter, die mir auch sagen kann, was es ist. Also ich freue mich sehr darauf, ja, wirklich. Wir geben unser Bestes, wir sind natürlich auch Leute wie Jürgen und deren Feedback, also wie viele Jahre machst du schon, in wievielter Generation Schädlingsbekämpfung? 40 Jahre, ja, in der dritte Generation, genau. Das ist einfach krass, also... Das ist natürlich auch ein toller Job, es macht riesen Spaß und mit solchen innovativen Dingen, ja, dann steht uns ja die Welt offen, ja. Also toll, ganz toll. Danke, danke. Also ich sehe es halt genauso. Ich glaube, wir haben echt spannende zehn Jahre vor uns, was uns halt wichtig ist. Wir lieben diese bunte Branche, genau wie Jürgen und wir freuen uns das schon, mit dir alles auszuprobieren. Und wir freuen uns auf dein Feedback. Ich auch. Danke schön. Danke für die Zeit, in fünf Jahren wieder. Ja, genau. Danke euch. Danke euch. Bis zum nächsten Mal.